Schon damals als Kind habe ich mit Vorliebe Tomb Raider gespielt und einer der ersten Teile, die ich gespielt habe, war Tomb Raider 3 und da ich an diese Kindheitserinnerung heute denken musste, habe ich mir überlegt, ich lade mir ein paar Gäste ein, zwei, drei und wir machen heute 20 Uhr einen kleinen Stream, um direkt auch mal zu schauen, wie es qualitätsmäßig aussieht und ja, also heute 20 Uhr auf meinem own 3D.tv Livestream, ein Livestream von Tomb Raider 3. Bis dahin, wir sehen uns!